Herr Böttiger, ich wollte Sie fragen, die Leute, die jetzt auf Intensivstationen liegen, wie ist da das Verhältnis? Können Sie uns mal sagen, wer da eigentlich wirklich liegt? Wie ist das Verhältnis zwischen Geimpften und Ungeimpften? Und wer sind die Leute, die da liegen? Was wissen wir über diese Menschen? Ja gut, wir wissen natürlich, dass 80 bis 90 Prozent sind ungeimpfte Menschen, die anderen sind Impfdurchbrüche. Wir reden von denen, die auf Intensivstationen liegen. Genau. Da, wo es wirklich eng wird, da, wo Ihre Arbeit beginnt. Und ich möchte noch mal wiederholen, von denen, die auf Intensivstationen liegen, können wir ja nur vielleicht 50, vielleicht 60, vielleicht 65 Prozent retten, die anderen sterben. Also ein Drittel bis die Hälfte dieser Patienten sterben. Das muss man sich ja auch mal vor Augen führen. Wir können nicht immer nur über Intensivkapazitäten reden und erschöpftes Personal. Das ist natürlich auch wichtig, aber das ist ja, also russisches Roulette ist viel sicherer. Das macht ja auch was mit Ihnen. Das ist ja auch ein anderer Aspekt von der Geschichte. Also ich erinnere mich an eine Aussage einer unserer Schwestern auf der Intensivstation. Die hat dann irgendwie am Anfang der zweiten oder dritten Welle einige Leichensäcke bestellt und musste gleich drei Tage später wieder nachbestellen. Also das ist wirklich hoch, hochdramatisch. Und im Moment ist es natürlich so, also bei uns in Köln liegen jetzt noch nicht so viele, weil wir haben in Köln eine relativ hohe Impfquote. Über 75 Prozent, bei über 18-Jährigen ist es sogar über 80 Prozent. Über 90 Prozent bräuchten wir, aber wir sind schon viel besser als in vielen anderen Gegenden. Das schützt uns vielleicht auch ein bisschen. Und wir sehen, die Welle kommt ja sozusagen auch aus dem Süden hoch. Aber sie kommt und die kommt natürlich auch zu uns und das kommt auch zu uns. Und wir haben ja gerade gehört, Sie haben ja gesagt, Herr Streeck, in Bayern und so, in den betroffenen Ländern hat man zu spät reagiert. Daraus müssen wir doch jetzt lernen. Da müssen wir doch jetzt in den Ländern, wo es noch nicht so schlimm ist, rechtzeitig reagieren. Deswegen bin ich auch dafür, tatsächlich bundeseinheitliche Regelungen zu finden. Weil das versteht doch kein Mensch mehr. Jeden Tag muss man sich irgendwas anderes anhören. Jetzt ist es hier, jetzt ist da, jetzt ist 2G, 2G plus. Das macht die Leute mürbe. Ich kann es auch schon gar nicht mehr so richtig ertragen, dass darüber überhaupt so viel diskutiert wird. Wir reden darüber gleich über die politischen Ausführungen. Aber die Leute, die bei Ihnen, um mal ganz kurz bei Ihnen auf der Station noch mal zu bleiben, Herr Böttiger, weil wir Sie heute hier haben. Wenn Sie die Leute fragen, warum sie nicht geimpft sind, was sagen die Ihnen dann? Es ist ganz unterschiedlich. Also da gibt es welche, die sagen, ja Mensch, ich hatte keine Zeit, ich hatte keine Lust, ich habe es nicht eingesehen, ich dachte, ich bin noch jung und mich trifft es nicht. Und andere sagen, sie sind trotzdem der Meinung, obwohl sie jetzt hier so da liegen, dass es richtig war, sich nicht impfen zu lassen, weil sie Sorge vor der Impfung haben. Da muss ich nur mal vergegenwärtigen, dass natürlich, es ist ja ein Geschenk des Himmels, wenn ich das mal so pathetisch formulieren darf, dass wir eine Impfung haben. Das ist ja irre. Ich meine, für Aids gibt es keine Impfung, für andere Krankenhäuser. Aber dafür haben wir eine Impfung. Wenn wir die nicht hätten, hätten wir wahrscheinlich mehrere hunderttausend Tote mehr in diesem Land. Allein die Impfung hat uns ja jetzt schon sehr viel gebracht. Und das kann man nur immer wieder sagen und das mit der Impfung kann man gar nicht häufig genug betonen. Hilft uns aber in dieser Situation jetzt nicht. Wir laufen auf eine sehr schwierige Situation in zwei, drei Wochen zu, auf den Intensivstationen. Die Welle wird höher sein als die zweite und die dritte Welle. Und das ist schwer zu verkraften. Das heißt, Sie sagen, ich habe auch so einen Satz von Ihnen im Kopf, die Politik hat eindeutig nicht genügend unternommen, um uns vor der Situation zu bewahren, in die wir jetzt hineinlaufen. Das ist aus meiner Sicht, ich meine, ich frage Sie, ich weiß nicht, ist hier in dieser Runde jemand anderer Meinung? Es ist sozusagen sehr viel Rückschau, aber die Frage stellt sich natürlich, wie kann ein so hochentwickeltes Land wie Deutschland, wie kann das im zweiten, dritten, vierten Anlauf so ein Ding nochmal so, versemmeln will ich gar nicht sagen, weil es klingt so flapsig, aber so gegen die Wand fahren lassen. Wie kann das eigentlich passieren? Und das in einer Situation, das ist ja das, was glaube ich viele Menschen nicht verstehen. Wir sind ja im Gegensatz zum letzten Winter in einer völlig anderen Situation. Wir haben zwar bizarrerweise mehr Tote als zum selben Zeitpunkt im vergangenen Jahr oder sind in dem Bereich unterwegs mittlerweile, haben aber 70 Prozent geimpft. Das kann man doch keinem erklären. Ja, aber, Entschuldigung, aber bei diesen Infektionszahlen hätten wir keine Impfung, dann hätten wir aber wahrscheinlich in den Zehntausender-Bereich Menschen auf einer Intensivstation und auch viel mehr Tote, also nur zur Einordnung. Ja, aber wenn man das mal sieht hier, das zeigt diese Grafik hier sehr genau. Covid-19-Patienten-Intensivbehandlung am 1. Dezember 2020, da war die Möglichkeit zur Impfung noch nicht wirklich gegeben. Und dann gehst du ein Jahr weiter und du siehst, diese Kurve läuft genau in die gleiche Richtung. Auf der Intensivstation 70 Prozent geimpft. Herr Böttiger, wie kann das sein? Ich meine, die Welt guckt ja mittlerweile nach Deutschland und wundert sich, stellt sich genau die gleiche Frage, die Sie jetzt gerade uns stellen. Ich kann Ihnen sagen, ich war vor zwei Wochen in Italien, da hatte ich wegen einer wissenschaftlichen Kooperation zu tun. Da haben die schon vor, ich weiß es nicht ganz genau, aber gefühlt in zwei Monaten die Maßnahmen eingeführt, die wir jetzt letzte Woche irgendwann mal so langsam eingeführt haben in unserem Land. Also wir sind einfach mit allem an der Stelle viel zu spät. Andere, auch Nachbarländer, europäische Länder, also die nicht deutschsprachigen, haben sehr viel früher gesehen, dass da was kommt. Und das muss man bei diesem Virus auch. Man kann das Virus nicht bekämpfen, wenn das jetzt alles weit oben ist. Dann bleibt einem irgendwann nur noch mal richtig harte Maßnahmen zu machen. Und Lockdown, man muss das frühzeitig machen. Dann ist es auch nicht so schlimm für die Menschen. Und wenn wir jetzt mal rückblickend gucken, dann waren wir eigentlich nur in der ersten Welle vor der Welle. Und die ganzen anderen Situationen waren immer so, wir sind dem hinterhergelaufen. Dann haben wir irgendwann so einen Lockdown light gemacht. Wozu hat das geführt? Der hat Wochen gedauert und hat die Menschen zermürbt. Das ist viel besser aus meiner Sicht, einmal kurz richtig den Virus auszubremsen. Der kommt ja nicht von hier nach da, wenn kein Kontakt da ist. Als vielleicht jetzt wieder nur halbherzige Sachen zu machen, die dann ewig dauern und die Menschen erneut zermürben. Und die Wirtschaft auch. Die Wirtschaft auch, genau. Herr Nopu, wenn Sie sich mit Ihren Kollegen darüber austauschen, auch mal im kleinen Kreis, wie reden Sie dann über das, was da gemacht ist? Was da jetzt gerade verkauft wird, verstehe ich alles. Wenn man Teil dieser neuen Koalition ist, dann sagt man, pass auf, wir haben das Infektionsschutzgesetz geändert, weil wir davon überzeugt sind, wir müssen das jetzt ganz gezielt und ganz spezifisch machen. Wir wollen keine bundesweiten Lockdowns mehr. Wir wollen keine Geschäfte mehr bundesweit schließen. Es gibt Argumente dafür und es gibt auch gute Argumente dagegen, wie gerade gehört. Wie auch immer. Aber wenn Sie im kleinen Kreis mit Leuten sich darüber austauschen, auch mit Kollegen aus dem Ausland möglicherweise, wie reden Sie dann darüber? Also die Leute aus dem Ausland, das kann ich nur bestätigen, reiben sich die Augen. Das ist teilweise eine Verwunderung da, dass hier einfach ganz bestimmte banale Dinge nicht funktionieren. Das hat auch was damit zu tun, dass große Investitionen, große Modernisierungsschübe in diesem Land einfach nicht passiert sind oder viel zu langsam passiert sind. Wir sind keine digitalisierte Gesellschaft. Das ist, um jetzt mal ein kleines Land zu nehmen, ist Land komplett anders. Und wird auch komplett anders dann eben entsprechend umgesetzt in der Pandemiebekämpfung. Es ist teilweise nicht mehr nachvollziehbar für niemanden, auch für diejenigen, die sozusagen die Verantwortung dafür tragen, nicht mehr, weil die Zahlenräder nicht ausreichen, ineinander greifen. Es ist alles richtig. Aber die Frage, die ja gestellt worden ist, was machen wir jetzt? Und ich finde erstens, Sie haben völlig recht, wir müssen natürlich auch Kontaktbeschränkungen einführen. Ich bleibe dabei, dass es sinnvoll ist, wo es bis das nicht mehr anders geht, bundesweite Lockdowns zu vermeiden und es sehr sektoral und auch da zu machen, wo es notwendig ist. Und 2G ist ja per se eine Einschränkung von Kontakten. Das ist auch richtig und sinnvoll so. Das ist das Einzige, was jetzt schnell und akut hilft. Und ich teile, dass Impfen oder Impfpflicht jetzt auch nicht die Hauptlösung für alles ist. Aber was sind Sie für eine Impfpflicht? Ich glaube, dass wir ob drum nicht kommen werden. Ich muss sagen, vor zehn Tagen hätte ich anders geredet. Ich weiß, dieses lernende System habe ich jetzt hier ein paar Mal schon erlebt in der Sendung. Nein, das ist bitte keine Kritik. Aber Leute aus der ersten Reihe der Politik, die da dezidiert ihre Meinung geändert haben. Ich teile, was Frau Büske gesagt hat, komme aber zu einem anderen Ergebnis. Wir haben hier eine Verhärtung von denjenigen, die sich jetzt verweigert haben die ganze Zeit. Und eine Impfpflicht verhärtet das noch mehr. Aber wir haben gleichzeitig eine sehr, sehr große Mehrheit in dieser Bevölkerung, die einfach überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann, warum sie sich eineinhalb Jahre an alles, an teilweise sehr harten Grundrechteinschränkungen halten soll. Und am Ende gibt es einen Lockdown. Und am Ende des Tages werden wir die Impfquote erhöhen müssen. Und ich glaube, das ist nicht nur meine Meinung. Es gibt sehr viele jetzt, ich würde sagen eine Mehrheit mittlerweile, im Bundestag, die der Meinung ist, das wird ohne eine Impfpflicht nicht gehen. Richtig ist, wir können sie jetzt nicht sofort einführen. Richtig ist, die Vorbereitungen sind nicht getroffen worden. Richtig ist, zum 1.1. geht es nicht. Richtig ist, dass wir sehr, sehr lange Zeit genau das ausgeschlossen haben von Seiten der Politik. Auch das führt natürlich zu einer riesigen Enttäuschung bei vielen Leuten, die sagen, tut mir leid, das kann man da gar nicht mehr ernst nehmen. Dieselben Leute, auch die Bundeskanzlerin, auch andere, die dezidiert Impfpflichten ausgeschlossen haben, sagen jetzt plötzlich, da müssen wir drüber nachdenken. Die Position von Frau Merkel... Ich kann, um jetzt mal was Versöhnliches zu sagen... In dem Zusammenhang kenne ich jetzt gar nicht so genau, aber prinzipiell ist das das. Das ist richtig, auch der Kanzleramtschef hat es ja zigmal gesagt. Aber um jetzt was Versöhnliches über Jens Spahn zu sagen, da hat er immer wieder darauf hingewiesen, dass wir ein lernendes System sein müssen. Und wenn wir jetzt die Lehre nicht ziehen aus den Fehlern der letzten 1,5 Jahre, dann bleiben wir hier in dieser Krise ganz tief stecken. Und bei allen Notwendigkeiten, bei allen Schwierigkeiten, die eine Impfpflicht mit sich bringt, wenn wir am Ende des Tages dazu kommen, und dass wir diese kritische Rate von 90% erreichen dadurch, dann bin ich dafür. Von Herrn Böttinger habe ich schon gehört, der ist für eine generelle Impfpflicht. So habe ich Sie verstanden. Ist richtig, ne? Ich habe meine Meinung diesbezüglich in den letzten 2 Wochen geändert. Ich bin mittlerweile dafür. Wir haben das im DIVI-Präsidium auch besprochen. Wir haben gesagt, es wird nicht anders gehen. DIVI, Verband der Intensivmedizin. Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin. In Italien, habe ich ja schon von berichtet, die haben eine Impfpflicht für Menschen, die in Krankenhäusern arbeiten. Also vom Pförtner bis zum ärztlichen Direktor, wenn Sie so wollen. Aber nicht nur für die, sondern auch für andere, die irgendwie im guten Personenkontakt stehen. Also auch schon eine selektive. Auch das haben wir diskutiert. Da muss man sagen, mindestens bei uns im Krankenhaus sind viele so, meine Mitarbeiter sind zu 99%, wir haben das gerade erhoben, geimpft. Das ist vielleicht in Altersheimen an der einen oder anderen Stelle anders. Aber wir sind der Meinung, ohne Impfpflicht geht es nicht. Und das werden wir alle sehen. Wir werden es nicht hinkriegen. Nur die Impfung hilft uns langfristig auch aus dieser Pandemie raus. Und wir können nicht nur sagen, die Menschen, die sich ohnehin schon für die Pandemie unglaublich verausgaben, werden geimpft. Sondern wenn, dann muss man fairerweise sagen, dann müssen dann schon alle das auch mittragen. Da geht es um Solidarität. Da geht es auch um das Gefühl, mit dem man zurückbleibt. Henrik Streeck, habe ich eingangs zitiert, der sagt, wir müssen das ohne eine Impfpflicht hinkriegen. Was ist das gute Argument dafür? Naja, also erst mal, diese Welle werden wir nicht durch eine Impfpflicht jetzt brechen können. Wir reden jetzt perspektivisch. Es ist perspektivisch gedacht. Ich verstehe die Vorurteile einer Impfpflicht. Ich habe da auch zwei Seelen in meiner Brust, muss ich ehrlich gesagt sagen. Aber, weil es ist ja ganz klar, wenn sich jeder impfen lassen würde, hätten wir einen sehr entspannten Herbst und Winter gerade. Oder entspannteren zumindest, wäre auch nicht ganz entspannt. Die Probleme, die ich sehe, ist, dass wir über einen Impfstoff reden, wo wir die Schutzdauer und Schutzwirkung überhaupt nicht absehen können. Wir haben die, und das ist ein Impfstoff, wo die STIKO alle paar Monate noch mal eine Veränderung oder Veränderungen in den Empfehlungen ausspricht. Moderna zum Beispiel. Moderna, jetzt nicht mehr für unter 30-Jährige. An sowas denken Sie dabei, ja? Genau, vor ein paar Monaten ja AstraZeneca, nur noch für über 60-Jährige, Janssen Janssen jetzt zweimal geimpft werden, jetzt Booster-Impfung für alle, die nach sechs Monaten. Und wir wissen überhaupt nicht, wie lange der Booster-Schutz nach sechs Monaten hält. Bedeutet das dann alle sechs Monate, dass man sich impfen lassen müsste? Also dann auch viert, fünft, sechst Impfungen. Israel bereitet ja auch die vierte Impfung vor zum Beispiel. Das ist eben etwas, was man sich fragen muss, ob man wirklich die gesamte Bevölkerung alle sechs Monate impfen lassen will mit so einer Impfpflicht. Zusätzlich auch die Frage, ob wir das dann eben auf die Kinder ausdehnen oder dann sogar auch auf die Grippe langfristig, ob wir da auch eine Impfpflicht haben wollen. Also das sind viele Überlegungen in meinen Augen, die man da haben muss. Ich glaube nicht, dass die meisten, die sich im Moment nicht impfen lassen wollen oder nicht geimpft sind, Impfgegner sind. Was mich jeden Tag erreicht, wirklich in unzähligen E-Mails, ist die Angst und Skepsis vor der Impfung. Und wir haben keine richtigen Beratungsstellen. Die Politik sagt einfach Ärmel hoch, du musst dich impfen lassen, sonst wirst du bestraft. Frau Wüßger nickt. Aber es gibt keinen Weg, wo jemand mal hingehen kann und sagen, ja, ich habe hier eine Autoimmunerkrankung, die habe ich gerade unter Kontrolle gekriegt und jetzt werde ich mit dem mRNA-Impfstoff geimpft. Der macht so eine heftige Reaktion. Wer kann mir diese Angst nehmen? Und jetzt werde ich mit dem mRNA-Impfstoff geimpft.